R plus L ist gleich J. Das ist die vermutlich wichtigste Theorie zu Game of Thrones. Gerade die Fensterbuchvorlage spekulieren schon seit fast genau zwei Jahrzehnten um die wahre Herkunft von Jon Snow. Weshalb die Frage so wichtig ist, was wir bisher wissen und was uns noch bevorsteht, erkläre ich in diesem Video und zwar anhand der Serie, denn eine alte Theorie ist freilich schon oft besprochen worden. Wie aber die Serie als destillierte Essenz der Romane dieses Thema aufgreift, das ist in meinen Augen der alles entscheidende Fingerzeig. Und wie wichtig diese Theorie sein könnte, beweist folgende Anekdote. Nach dem großen Erfolg von Herr der Ringe herrschte in der Traumfabrik eine noch größere Nachfrage an verfilmbarer Fantasy-Literatur und ganz oben auf der Liste A Song of Ice and Fire. Und so traf sich Autor George R. R. Martin mit den späteren kreativen Hauptverantwortlichen der Serie, David Benioff und D.B. Wise, zum Lunch, um sich ihre Vorstellungen anzuhören. Doch Martin wollte ihn auch auf den Zahn fühlen. Er wollte sehen, ob diese beiden jungen Männer anders sind als all die anderen Bittsteller für die Filmrechte und so stellte er ihnen eine einzige, simple Frage. Wer ist Jon Snows Mutter? Benioff und Wise hielten kurz inne, schauften sich an und gaben ihm eine Antwort. Wie diese denn ausfiel, können wir nur erahnen. Martin bejahte oder verneinte sie auch nicht, sondern quittierte sie mit einem anerkennenden Lächeln. Und Benioff und Wise bekamen die Verfilmungsrechte. Doch statt jetzt die Theorie zu Snows Herkunft runterzubeten, leiten wir sie anhand dessen her, was uns die Serie erzählt. Denn eine Besonderheit der Bücher ist es, sich fest an die Perspektive der Protagonisten und ihrer Gedanken zu binden. Sprich, der Leser weiß nur, was auch der jeweilige Protagonist weiß. Und was dieser weiß, hängt in einer mittelalterlichen Welt davon ab, was er sieht und was man ihm erzählt. George R. R. Martin spielt sehr geschickt damit. Die Serie greift aus dem Ansatz auf. Ein fast gänzlicher Verzicht auf Rückblenden macht den Zuschauer davon abhängig, nur zu wissen, was einem die Figuren erzählen. So nimmt der Zuschauer indirekt die Perspektive der Protagonisten des Buches ein. Unsere Wahrnehmung der vergangenen Ereignisse beruht also auf der Beobachtung und Interpretation anderer. Was wir erzählt bekommen, ist demnach nicht nur das, was passiert ist, sondern vor allem das, was wir wissen sollen. Beginnend mit der allerersten Folge, als König Robert das Grab von Leanna Stark aufsucht. Die Entführung von Ned Starks Schwester durch den Kronprinzen Rhaegar Targaryen löste jenen schicksalhaften Bürgerkrieg aus, der das Haus Targaryen und seine jahrhundertealte Dynastie zu Fall brachte. Auch wenn sich Robert nach eigener Aussage nicht einmal mehr an das Aussehen von Leanna Stark erinnern kann, so sei sie doch das einzige gewesen, das er jemals wirklich begehrt hat. Ähnlich muss es wohl auch Rhaegar Targaryen ergangen sein. Wie Littlefinger als Augenzeuge berichtet, hat der Prinz einst ein Ritterturnier gewonnen und den Sieg statt seiner anwesenden Ehefrau lieber Leanna Stark gewidmet. Wie viele Töne von Tausenden haben zu sterben, weil Rhaegar deine Frau gewählt? Und dann hat er sie verraten und sie verraten. Doch nicht allzu sehr romantisch. Zumindest laut Sansa Stark. Aber es ist wohl auch das, was man ihr als Kind berichtet hat. In der Tonalität schneidet sich das mit Littlefingers Schilderung, der aber selbst anwesend war. Geschichte wird nun mal von den Siegern geschrieben und Sansa wuchs mit deren Geschichte auf. Selbst der Bruder der betrogenen Ehefrau Elia Martell wählt andere Worte dafür. Ein schönes Rhaegar Targaryen hat sie für eine andere Frau verlassen. Jeder, der Rhaegar persönlich kannte, beschreibt ihn als edel und tapfer. Der beste Mann der jemals bin. Ein Kronprinz, von dem jeder hoffte, dass er seinen Vater, den Mad King, beerben würde. Ein Prinz, der lieber sang als zu töten. Rhaegar ließ nie zu töten. Er ließ singen. Ist das jemand, der seine Frau und seine beiden Kinder zurücklässt, um eine andere Frau zu entführen und zu vergewaltigen, genau dafür in den Krieg zieht und bereit ist zu sterben? Denn genau das sollte passieren. Robert erschlug ihn mit seinem Hammer. Der Krieg war damit quasi beendet. Mit ihm in den Krieg zog Leonas Bruder Eddard Stark. Zurückkehrte er mit einem Bastard, einem Snow. Er muss das Kind gezeugt haben, noch während seine frisch angetraute und schwangere Catelyn zu Hause auf ihn wartete. Catelyn konnte ihm das nie wirklich verzeihen und Snow nicht wie einen eigenen Sohn lieben. Und doch sprach Eddard nie von dessen Mutter. Nicht ein einziges Mal. Und selbst sein Freund Robert meinte sie gesehen zu haben, nur um dann im nächsten Moment festzustellen, dass er Eddard überhaupt noch nie mit einer anderen Frau erlebte. Aber wie denn auch? Wo doch die Serie nicht müde wird, Ned Stark stets als einen Mann von Ehre darzustellen. Ein Mann, zu dem es gar nicht passen würde, eine Konkubine zu halten. Eine Bastard von einem Tavern-Slut. Vielleicht, aber das war nicht Ned Starks Weg. Es war sogar die Ehre, die ihn letztlich den Kopf gekostet hat. Das ist es, was wir wissen. Das ist es, was die Serie uns erzählt. Was sie uns noch erzählen wird, lässt sich kurz vor Staffel 6 anhand der Trailer schon erahnen. In einer Vision von Bran, begleitet vom dreiäugigen Raben, ist dieser persönlich Zeuge des Kampfes am Tower of Joy. Aus den Büchern wissen wir, Ned Stark und sechs Gefolgsleute wollten gegen Ende des Krieges Liana aus dem Turm befreien. Bewacht wird dieser von drei Soldaten der Kingsguard. Darunter der legendäre Schwertkämpfer Sir Arthur Dayne. Überleben sollten das Scharmützel nur Ned Stark und Howl & Reed, dessen Kinder später Bran jenseits der Mauer begleitet haben. Sie finden Liana, sterbend in ihrem eigenen Blut liegend. Und Ned gibt ihr ein Versprechen. Wie auch immer dieses Versprechen aussah, ihren Mann Eddard sollte es bestimmt einhalten. Soweit die Fakten. Das, was uns die Serie erzählt. Geht es nach der R plus L ist gleich J Theorie, fand Ned seine sterbende Schwester direkt nach einer Geburt. Das Kind wäre ein Kind der Liebe zwischen ihr und Rhaegar. Sie bat Ned, angesichts des verlorenen Krieges, sich um das Neugeborene zu kümmern und es als eigenen Sohn aufzuziehen. Zumal Robert alle Sprösslinge der Targaryens tot sehen wollte. Ich töte jeden Targaryen, den ich meine Hände bekomme. Du kannst deine Hände nicht auf diesen, kann man? Soweit die Theorie. Interessant ist aber das Timing der Serie. In der ersten Staffel werden die meisten der relevanten Handlungspunkte aufgegriffen und nicht weitererzählt. Erst die fünfte Staffel greift das wieder auf und charakterisiert Rhaegar und Eddard. Wenn man bedenkt, dass die Gesamthandlung auf acht Staffeln ausgelegt ist, stellt die erste dramaturgisch gesehen die Exposition, die Einführung der Geschichte dar. Die fünfte Staffel bewegt sich auf den sogenannten zweiten Plotpoint zu, ein Überraschungspunkt, ein Wendepunkt im Laufe einer komplizierten Handlung. Jon Snow als möglicher Anwärter auf den Eisernen Thron, als prophezeiter Auserwählter, der die Armeen der Menschen verbündet und im Kampf gegen die Untoten anführt. Das wäre so eine Überraschung. Wo doch gerade die Serie aus Zeitgründen sehr darauf bedacht ist, welche Handlungsstränge erzählt werden und welche nicht, wäre es aber fast noch die größere Überraschung, wenn diese vielen Puzzlestücke nicht zu einem Gesamtbild zusammengesetzt werden. Und apropos Handlungsstränge, einer betrifft den ständig wieder auferstehenden Lord Beric Dondarrion. Dramaturgisch gesehen ein unsinniger Ausflug, den man hätte wegkürzen können, wenn man denn dieses Handlungselement nicht sinnig wieder aufgreift. Außerdem schafft es Game of Thrones immer wieder Szenen zu kreieren, die im Nachhinein eine ganz andere, vorausschauende Bedeutung haben. Der Targaryen, alleine in der Welt. Das ist ein schreckliches Ding. Der Targaryen ist in der Welt. umbergärtsstärkstechnik von der Targaryen ist hier. Sie bringen wir das zu überzeugen. Vielen Dank.